Mein, mein, mein und herzlich willkommen zurück zum Let's Play vom Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, tausendmal machte ich jetzt Runs für die Frosthöhle, um den Kauterwäschstein zu finden und ungefähr die Hälfte, nein, drei Viertel sogar sind die Eisslaghöhlen da. Das regt mich einfach langsam auf. Ich möchte doch das Polizei-Level mal selber machen und euch zeigen. Aber, pfff, es will nicht. Es will nicht. Also, schauen wir zuerst mal, was ich gemacht habe. Ich habe hier zwei Unix gefunden, denn die Klinge habe ich schon mal. Die können wir zerlegen. Oder, eigentlich ist die recht gut. 17% Leben wäre noch richtig geil. Hm, die lassen wir mal unter den Engelshaarporte. Ach, mit 14%, also 17 und 14% Leben. Ähm, zwei Paragon-Levels habe ich gemacht und die normal eigentlich reingetan. Ich glaube hier und hier. Okay, ähm, ja, heute machen wir zuerst wieder einen Rift. Und dann probieren wir das mit der Eis-Frost-Höhle nochmals. Irgendwann muss doch endlich dieser Kauder-Stein droppen. Also, das ist jetzt wirklich schlecht gemacht von Blizzard. So, mal noch kurz schauen, der hat keinen Sockel, nein. Ich brauche Helme mit Sockel, um wieder einen Edelstein reinzutun, der Magic Feind gibt. Die Topasse. Also, wir gehen in einen Rift, haben bald nochmals ein Level. Mal schauen, was wir hier jetzt haben. Wenn es laden würde. Gut. Gut. Ja, das brauchen alle, wenn sie sich mal aufregen müssen. Ohohohoho. Mal ein bisschen Champion anmachen. Ach, nicht in Hühne verwandeln. Ja, wie viele Monster wollen noch hier herunterkommen? Hallo? Fertig? Okay. Die kommen immer hier runter, denn die sieht man für einige Zeit nicht. Ich mache mal kurz den Sound ein bisschen leiser. Dann höre ich mich selber auch ein bisschen besser. So. Ja, ich so ein extrem gefittetes Headset habe. Der Ton so richtig hart bei mir klingt. Und 7.1 und Surround 3D Sound als möglich. Ah, tut das gut. Ah, tut das gut. Einformate hochlaufen. Ja, hier geht's gut. Ja, hier geht's weniger gut. Diese Spinne da ist. Gold. Gold. Ja, was machst du hier? Geh weg. Sterben. Geh sterben. Oh, krass. Oh, krass, gewährt mir meine Gunst. Ah, seine Gunst. Ja, Abklingzeit ist schon richtig gut. Jetzt decken wir weiter. Diese Musik treibt einen noch in den Wahnsinn. Geh weg. Also. So. Oh, grüß Gott. Wie komm ich zu euch? One hit. Ah, ich muss nur auf die Karte, schau. Ich bin noch nicht bereit. So. So, also gehen wir nach oben. Kann man die Musik ein bisschen lauter machen. Auch wenn es nicht schrecklich ist, ein bisschen Musik. Vielleicht hat es dann andere, bessere Musik. So. Hier noch zu Ende. Ah, jetzt sogar noch ein paar Champion. So. Ich habe eben nur gelbe Items. Was denn los? Oh, hier noch Spinnen. So. Die kleine Spinne itzi bitzi. Oh Gott. Trollen auf höchstem Niveau. Das habe ich nur geschafft manchmal, als ich ein Kind war, weil er getrollt hat. Also die Spinne. So. 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 Dopen geht es noch weiter. Hätte ich schon gedacht, wir hätten einen Rift gefunden, wo man den Boss nicht erscheinen lassen kann. Das wäre ja schrecklich. Also nur zwei Ebenen. Und wie viel waren das? Ich kann es leider nicht lesen, aber ich kann es bewegen, glaube ich. Was, eine Ebene? Wie bitte? Hallo, ich will nicht den Chart bewegen. Hallo, kann ich das nicht enden? Hallo, ich möchte... Weg damit. Geh jetzt weg. Kann man den Chart eigentlich nicht klein machen? Geht das nicht? Oh Gottchen. So, jetzt. Aber jetzt will ich wieder... Das ist erscheint. Hallo, Freps! So, jetzt. Ich hoffe, ich habe die Aufnahme nicht unterbrochen. Das war ja schrecklich. Die ganze Zeit hat sich noch der Chat bewegt, weil es halt einfach eine Taste ist, wo der Chat noch... Ding ist. Und der geht einfach nicht aus... Also, der geht erst noch einige Zeit und man muss sich wieder weg. Das ist ein bisschen blöd. Ach, komm doch jetzt endlich, Rift Boss. Ich habe Akras Champion aktiv. Oh Gottchen. Schlimm. Also, eine zu... Eine... Ein Gebiet nur. Okay, das hatte ich auch noch nie. Und der Boss will einfach nicht kommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es geht immer noch ein bisschen weiter. Es wird zwar 99% angezeigt, aber es geht immer länger. Die letzten Prozent gehen immer länger. So. Gib mir mal die Monster, die ich brauche. Endlich. Ja, so weit unten. Ich brauche den nicht so unten. Da muss ich hier runter. Was ist das? Oh Gott, der Quäler. Du stinkst. Baaah. Er hat gefurzt. Er geht. Baaah. Lass mich mal in Ruhe. Ja, danke für das Schrottax. Heieieiei. Heute finden wir nur Schrott. Das ist ein Kreuzzug und keine Handelsreise Ja, ja So, ähm Hier geht es aber noch weiter Da oben geht es auch noch weiter Dann sollte ich mal die Sachen raus Die ich nicht brauche Zum Beispiel hier Oh, muss das sein? So, die Sachen, die ich nicht brauche Zum Beispiel D nicht, D nicht D nicht Ähm Ja, die Schäden können auch raus So Gut Dann gehe ich weiter Hier sind recht viele Gegner Gibt es kein Schrein mehr Also scheinbar geht es dann da wieder zusammen Zum anderen Weg Wo wir nicht eingeschlagen haben Wir haben den Weg eingeschlagen Ah, die sind nicht zäh So Ja, ein höchst aufregender Kampf Stimmt So, dann möchte ich noch etwas ankündigen Da habe ich mir ein bisschen etwas überlegt Ähm Eventuell schon das nächste Mal Das nächste Aufnahmesession Oder dann halt in zwei oder drei Ähm Werde ich Challenges anfangen Da werde ich zum Beispiel Mit, äh Nur weißen Items Das Spiel mal so weit Spielen im Hardcore Bis ich sterbe Dann mal ohne Fertigkeiten Da mal zum Beispiel Mit extrem schlechten Stats spielen Und so weiter Also, ähm Ja, immer bis zum Tod Also alles in Hardcore Und immer bis zum Tod Und wenn ihr Ideen habt Schreibt es bitte unten in die Kommentare Von diesen Videos Oder dann Wenn die Challenges gestartet sind Und, ähm Auf T6 Wenn der Charakter Dieser Charakter eventuell Oder ein anderer T6 Fähig ist Dann werde ich die Kampagne Nochmals durchspielen Mit T6 Also, es sollte nicht zu leicht werden T6 Sollte schon sehr schwer sein So Weil es ja auch der höchste Schwierigkeitsgrad ist Aber das geht leider noch einiger Zeit Und so Sonst mache ich ja auch mal Einen Speedrun Aber da müsst ihr Ein paar Items haben Können die Sockel haben Ich werde es mal nachschauen Die unteren Stats Weil die oberen Stats sind zu stark Und wenn ich den Helm jetzt um Den kann Verzeihung kann Das wäre ja geil Hier ist nur Stufenanforderung Nein, die zwei nicht Dann könnte ich ja nicht die Lebensreignoration ändern Ja Oder Das Leben Wie viel Vitalität gibt Eigentlich so viel Ich glaube 2000 Ist zu wenig Oder wurde es erhöht Wenn man sowieso mehr Leben hat 408 Ich mache die Lebensreignoration Die brauche ich nicht Ja, aber es geht nicht Weil ich keine Dinge habe Ach, ich müsste Dinge Die zerlegen Und ich verkaufen Mist Das war ein grosser Fehler Dann werde ich den Helm mal hier hin tun Und jetzt Nicht mehr Ding So Nicht mehr verkaufen Sondern zerlegen Dann habe ich den Helm bald Richtig gut So Was Gruppe Hä Verstehe ich nicht Ich könnte die Rans eigentlich auch auf Ding machen Ich mache jetzt den Auf Normal Und die anderen kann ich dann Ja okay Jetzt kann ich es wissen Weil Eisschlaghöhlen schon geschrieben ist Sonst muss ich manchmal Wenn nichts steht Manchmal die Höhle auskundschaften Ob es die Eisschlaghöhle Oder die Frost ist Und die Frost ist ja die Richtige Oh, jetzt habe ich nochmal Also das nächste Mal So Dann schauen wir mal Jetzt steht nichts Also machen wir eine Ebene Eine Unskundschaft auf Normal Und dann mache ich höher Mache ich zum Beispiel Werf Meister Wenn ich es schaffe Also wenn die Gegner Nicht zu zäh sind Weil ich habe ja jetzt Weniger gute Items Durch das Kane Set Hier ist der Bullshit Ding Der Gear Also Kom Hier Ah ja Der Gear ist ja nur In den Rift Also Als Rift Boss Ist der Gear Also der Gorm Der richtige Gorm Im falschen Gebiet Wie geht Diese Bubbles Die stinken Nach Höllenpest Nach Schwefel Nach Höllenschwefel Noch stärkeres Schwefel In der Innenschweiz Den Kanton Obwalden Das ist der Kanton Der ist südlich von Luzern Dort wurde eine Höhle gebaut Am Lauenensee glaube ich Oder wie der heißt Und Die haben dort durch den Berg gebaut Also Ein Tunnel gemacht Und da kommt man in die Höhle rein Also noch nicht Tunnel Es wurde ja noch nicht Betoniert Und Nach einiger Zeit Also so 100 Meter In Diese Tunnelhöhle Fing das extrem Nach Schwefel anzustinken Manche mussten sich sogar übergeben Wir hatten Wir hatten so ein Ja Ein Trupp Oder wo Führungstrupp Und Oh mein Gott Das war sowas von grässlich Hat das gestunken Nach verfallten Eier Das war Wahnsinn Das war eine Riesen Ladung Schwefel Also die Höhle ist Irgendwie ein bisschen versteckt Diesmal Sie kann noch an zwei Spawnen Hier unten Und rechts oben Hier unten Wahrscheinlich auch nicht Nur Geduld Hey Nicht mich fangen Das ist der Olle Sippel Also hier ist er nicht Abhauen Hier ist ja die Höhle Oh Gott Wir hätten nur ein bisschen Nach Norden müssen Okay Das nächste Mal gehe ich Direkt ein bisschen Nach Norden Vielleicht ist die Höhle dort Und es ist die Eisschlaghöhle Dankeschön Okay Nächstes Lass mich in Frieden Ich heile alles sofort wieder Sehr schön Also jetzt Einstellungen Meister Gut Also dann mal Items zerlegen Die wir gefunden haben Schrott 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 Einfach nur Schrott Hey Jetzt hast du dich nicht zerlegen lassen So ich habe 13 Ich werde noch ein bisschen Verwenden Und dieses Teil Kann auch zerlegt werden Manchmal nehme ich die einfach mal Äh Außer Sehen Und lege sie in die Kiste Weil es so aussehen Als würde es irgendwas sein Das Ding ist Der verfluchte Gletscher Das ist auch Eisslaghöhlen Und nehme ich ein Schrein Dann mal rein Äh raus Wieder rein So Jetzt ist nichts Da Jetzt müssen wir wieder suchen Die Höhle Okay Die haben recht viel Leben Ich sollte vielleicht Darunter stehen Oder Je nachdem Ich hoffe sie machen nicht Zu viel Schaden Hm Nein Also nur viele So Jetzt gehen wir hier oben Durch Oh Danke Danke dass du endlich stirbst Also die Höhle kann hier unten sein Ja ist sie Noch nicht Oh Gottchen Das habe ich aber nicht geplant Das sind vor der Höhle Noch so viele Monster sein müssen Mein Zorn reich dafür nicht aus Nur Geduld So So endlich die Höhlen des Wasseres Die sind sehr selten geworden Da hatte ich das letzte Mal viel mehr Glück Was ich das erste Mal gesucht habe Aber das war noch ganz am Anfang Von den Rostzeiten Ne Und wir haben schon die zweite Ebene Das ist sehr gut Da können wir mehr Rants machen Und da ist der Chiltala Den müssen wir besiegen So Noch ein Goblin Das war nicht so eine gute Idee Weil man natürlich nicht angreifen kann Als Pferd Ich suche die Kiste Hallo Gebt mir die Kiste Nur Geduld Was ist das Das ist Ich benötige mehr Zahn Ich weiss jetzt nicht Welchen von den beiden Nicht der Richtige war Aber ich glaube Zetara ist der Richtige Zellusa ist zufällig Auch mal drin Ja Die tropfen beide nicht Also Eben der eine hat die Drop Chance Für den Ding Aber die Denn der trifft nicht Sozusagen Aber die Kiste Hab ich immer noch nicht Ach Gottchen Ja Ja Geht mir nicht Auf den Wecker So Oder Scheinbar ist die Kiste Ganz am Schluss Seinbar Hä Hab ich die schon geöffnet Ach egal Ich glaub schon Hab ich gar nicht gemelkt Nein die Kiste Gibt's gar nicht hier Die ist gar nicht hier Hä Ist das ein Bug Dass die nicht erscheint Ach egal Also wir stehen Eins runter Auf Profi Was reicht Dann machen wir noch Einen Versuch Dann neue Neues Video Ja Ja Seibere Die höre Das rost Das gut Also gehen wir wieder Unter Unten Durch Und Aha Aha Nicht so Zäh Bitte Ja genau In einen Hund verwandeln Oh Komm Wieder Viele Vögel Weg Da mit Fledermöße Oder Drachen Oder was Es war Aha Aha. Noch ein Champion. Okay, das hier zu. Gott. Stirb endlich. Und diese Geifer-Teile. Weg damit. Geifernde Kreaturen. Ach, Vögel, ihr nervt. So, dele. Da drüben ist die Hölle. Diesmal ist er im Nordwesten. Ja, sicher. Ah, so, jetzt kommt einer runter, dann kommen ganz viele. Ach, Gottchen. Wie viele Vögel denn noch? Die sind langweilig. So, in des Verostes. Hm, hallo? Niemand zu Hause? Habe ich alle schon ausgerottet? Ja, jetzt kommt's dabei, genau. Jetzt geht's mitschmatschmutsch. Truhe auf, Schätze rein. Jägerin des Winterfuchs. Klingt so wie ein chinesischer Clan. Noch nicht bereit. Noch nicht. So ist der Eingang gut. Hm. Hier hat's ganz viel Unrat auf dem Boden. Grüß Gott. Ja, habt ihr so viele Probleme? Okay, dann... Werde ich halt zum Akkratz-Champion, dann habt ihr keine Probleme mehr. Bei der Todzeit, haha. Das ist ne Leiche. Da oben. Gut. Und 59. Da. Da. Da ist die 59. Da. Genau, da. Da. Komm schon. Komm schon. Gib mir. Gib mir. Gib mir. Gib mir. Yeah. 59. 50. Alles das. Hier defensiv. Leider haben wir den Stein noch nicht gefunden. Aber das nächste Mal. So. Kopfgeld ist auch fertig. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schaut, wenn ihr Bock habt, noch die anderen Videos. Ich werde noch ein paar heute hochladen und ähm... Ja, vielleicht auch ältere Videos oder so, aber... Nichts ist Pflicht natürlich. Also das ist alles für mich auf dem Kanal. Okay, dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.